Alter, wie lustig. Dieses Spiel ist ja so cool gemacht. Alter, wie cool. Ich hätte nicht gedacht, dass das so geil ist. Ohohohoho, what? Alter, das ist einfach ein fucking Burger. Meine lieben Zugucker, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Diesmal zu dem Game Bugsnax. Ist jetzt demnächst aus dem Game Pass raus. Ich glaube noch bis zum 30.04. oder so. Und ich wollte es auf jeden Fall mal anspielen, weil es so was wie ein Pokémon Game ist. Und deswegen machen wir das jetzt einfach mal ganz kurz. Wir gehen ja auf ein neues Spiel. Ich habe schon alles eingestellt. Wir haben den Soundgut-Shedding, Pipapo. Gucken wir mal, ob das so passt. Machen wir noch ein Spiel. Ich habe noch kein einziges Mal gestartet. Ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet. Ich bin aber ein guter Bio und ich habe meinen Kaffee. Und von daher ist alles Trudy. Alter, was ist das denn? Okay. Alter, sind wir ein Teddybär oder was soll das sein? What the fuck, Alter? Was zum Fick? Alles klar, ist kein Ding. Oh, wie schön. Guck mal, wie süß das gemacht ist. Also wir werden direkt reingeworfen, finde ich gut. Guck mal, da ist eine Spinne gewesen. Ist das eine Spitzhacke? Kann ich dich nehmen? Nö, warum kann ich dich nicht nehmen? Oh, ich kann dir gar nichts nehmen, ist ja doof. Ganz viele Spinnen. Danger wahrscheinlich. B zum Drücken. Ja gut. Zum Bücken oder Aufrichten. Alles klar. Ist kein Ding. Was soll ich denn sagen? Okay. Alter. Brücke, geh mir nicht kaputt. Ah! Fuck, ey. Ja, da kommen wir nicht mehr zurück. Alter, was? Was geht hier ab? Na, da ist doch etwas im Busch. Nein, ehrlich. Da auch. Kann ich dich andingsen? Nö. Okay. Komisch. Warum die sind, wie ich das so komische Geräusche, Alter? Und wir sind voll auf die Fresse gefallen. Man kennt's. Oh Mann, dicker. Zwei Wochen zuvor. Ach, lustig. Hi, Megafine. Warte, ich bin wieder fast leer, man kennt's. Okay. Ja. Ja. Vor allem zwei Wochen zuvor, Alter. Dann noch mit diesem komischen Kamerafilter. Ich kann's dir nicht sagen. Ja. Wow. Bugsnax. Okay. Das macht, das macht Sinn. Bugsnax, klar. Bugsnax. Okay. Lustig. Hätte ich auch drauf kommen können. Ja, klar. Na klar. Komm, haben wir's jetzt. Kann ich dich vorspulen? Nee. Wird einfach mal ein bisschen vorspulen, weil ich will jetzt hier nicht unnötig sagen, welche Snacktooth Island. Ja, auf geht's. Also Bugsnax. Essen kann man die. Okay. Deswegen sah das scheiß Ding aus wie eine Pizza. Lustig. Ich drücke hier X auf einer Person, um mit dir zu reden. Ach, moin. Clambi. Yes. Yes. Oder. I had to recall half a million Papers and give a public apology. All because your Grumpfoot turned out to be a lost football mascot. We've been over this. It doesn't matter how eye-catching your articles are, if I'm stuck cleaning up yours sloppy work. You're already at a second chances. Ja. Okay. Hä, warum soll das jetzt nicht sein? Aha. Okay. Richtig. Na, blöd gelaufen. Wir sind voll auf die Fresse gefallen. Aber ich finde die Background-Story ziemlich geil. Jetzt mal ohne Scheiß. Krass. Alter, das war eine Erdbeere. Komm her. Erdbeere. Oh, da liegt doch auch einer. Darfst du dich überfressen, Diggy. Hä? Hä? Oh, das ist mir, Philbo. Ich war für dich. Aber, äh, ich bin hungrig und... Ich konnte keine Bugsnax. Okay. Das ist eine weile Frage, Lisbeth. Nein. Warte, du bist nicht... Lisbeth. Ich bin ein Grump. Es ist nicht egal, wer du siehst. Hooray! Oh. Hä, 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 hä. Ähm, I think there's a Bugsnax right over there. Okay. Also wir sollen ihn wirklich fangen und dann essen, oder was? So. Ein ganz simpler Bugsnax. Beobachte einfach seine Laufmuster. Okay. Philbo, sie sind etwas scheu, aber das geht in Ordnung. Sie brauchen nur etwas Freiraum. Okay. Oh, oh, gut. That, that one's pretty easy to catch. Well, you're not me, Idiot. Okay, do me a favor. And take my Snacktrap. Okay. Du kannst deine Knabberfahne... Was? These tracks come out of this bush. Put the Snacktrap down there, and then we'll hide. Du hast deine Knabberfahne nicht ausgewählt. Halte LB gedrückt und zeige auf die Knabberfahne, um sie auszuwählen. Knabberfahne. Alter, Knabberfahne, was ein Wort. So. Okay. Wo sollen wir das hinpacken? Ah ja, okay. Der verpisst sich. Kann ich dann einfach hier reinpacken, oder was? Das ist ja lustig. Okay, dann muss ich da schnell hin, oder was? Tatsächlich, Alter, wie lustig. Ey, das ist ja total cool. Wah. Dicke. Okay, es ist ein bisschen fies, dass der gegessen wird einfach. Oh, ja. Ich bin safe. Warum hat der einen Erdbeerarm, Alter? Dicke, du bist eine fucking Erdbeere. Was geht? Okay. Können wir mit dir nochmal reden? Okay. Ähm, das kann ich doch wegpacken, oder? Warte mal, wie kann ich nochmal scannen? So. Da ist ein Bugsnack. Ah. Okay, wo ist denn... Klammert sich an Bugsnacks und fängt sie mit seiner beruhigenden, langen Zunge. Liebt irgendetwas grün. Okay. Karottel. Karottel, Alter! Wirklich? Warte mal, ich kann mir das doch da hinsetzen. Das müsste ja passen. Der müsste ja da eigentlich reinfliegen, oder? Hey! Hey! Warte mal, du hast eine Klammert. Ich drücke Öffnungswerkzeug und dann... Öffne die Werkzeugauswahl und drücke dann RB. Achso. Okay. Ah, alles klar. Okay. Ich verstecke mich kurz. Das ist ja ein Scheiß-Wie gewesen. So, wo bist du? Karottel, komm. Komm. Du willst doch... Das ist ja total geil. Ich hab ja... Ich bin ja... Alter, warum hab ich das nicht vorher mal gespielt? Scheiße. So, dann verstecken wir uns nochmal. Na also. Jetzt haben wir einen Karottel. Geil. Okay, den haben wir wahrscheinlich in der Tasche, oder was? Und den können wir dann immer verfüttern. Okay. Dann packen wir das Ding mal weg. Und gehen wir mal weiter. Wo geht's hin? Da kommen wir wahrscheinlich noch nicht hin, weil... Metroid Mania, würde ich jetzt sagen. Wahrscheinlich müssen wir ins... In den Heingarten komme ich da einfach lang. Doch. Oder? Nee. Das ist versperrt, aber... Hätte drauflaufen können. Schade. Aber das ist irgendwie... Ich finde das Spiel geil. Aber... Hä? Wo soll ich jetzt noch hin? Ich fange drei weitere Bugsnaxer. Ich muss jetzt mal welche finden. Ja. Komm ich nicht rein, weil... Keine Ahnung. Versperrt. Dann komme ich auch nicht weiter. Dann gehen wir mal... Das ist eine Frage, wo wir hin sollen, weil... Okay. Wir gehen erstmal zu dem Boy zurück und vielleicht... Da können wir noch lang... In den Wasserfall. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ah. Alles klar. Okay. Ja, das ist kein Ding. Komm. Das ist kein Ding. Hey, war da noch... Du Sack! Menno! Blödes Vieh. Komm, jetzt versteck dich nicht die ganze Zeit. Du willst doch... Du willst doch gefangen werden. Komm. Siehst du dich eigentlich auch da? Ja. Man hört es zumindest. Dieses... Dieses Klackgeräusch. In Erdi. Lustig. Ich wünschte... Ich hätte das Spiel vorher mal entdeckt. Ist doch total geil. Ich bin... Es ist total niedlich. Und jetzt kriegen wir einen Erfolg, weil wir drei insgesamt haben, oder? Das ist 100 Tüte. Suche hinter dem Wasserfall nach Geheim... Geheimnis. Das war ein Erfolg? Okay, fast. Oh. Na, komm. Nice. Und damit haben wir drei. Da kommen wir nicht rüber, oder? Oder doch? Können's mal probieren. Ja, tatsächlich. Wir kamen da rüber. Aber hier kommen wir nicht weiter. Weil versperrt. Wow. Ich weiß halt nicht, was das bringt, wenn wir die finden, weißt du? Wah. Oh. Das sieht doch eigentlich nach einem Item aus, was wir nicht aufnehmen können. Nee, kommen wir nicht. So, komm. Dann, äh... Auf geht's. Ja. Was ist das für ein Nebenwirkung, Alter? Alter, du hast einen Karottenfuß. Was geht? Ich bin Philbo Fiddlepie. Ich bin der, äh... Mayor hier. Ähm... Sorry, wenn das eine stupide Frage ist, aber, äh... Was machst du hier? Oh, du hast den Film bekommen. Ich habe Lisbeth das gemacht. Ich weiß, wer du bist. Du bist der Journalist. Ich wusste, es war stupide, zu fragen. Lisbeth sagte, du wäre gekommen. Hm. Du bist ein bisschen leid, aber... Äh... Still... Es ist mein Job, dir den Weg zur Stadt zeigen. Ja, bitte. Folle mich. Wieder zu Hause, neuer Auftrag. Komm auf, Luff. Komm. Hihihi. Bugsnacks. Alter, der läuft hier einfach mit erdbeerarmen Karottenbeinen lang. Wie geil. Ah ja, dann macht das jetzt... Der macht den Weg frei. Hey, Buddy. Ja? Ich muss dir etwas erzählen. Ja? Ich sollte dich nach Hause nehmen, aber... Lisbeth might not be there. Und warum nicht? I don't know where Lisbeth is. I was out here looking for her. Who knows? Maybe she will be there when we get back. I'm sure she wouldn't want to miss her interview with you. Richtig. Ja, auf geht's. Komm, Attacke. Habe ich Bock drauf. Okay, so funktioniert das. Einen Garten. Ja, der... Ich wollte gerade sagen, der lädt dann wahrscheinlich eine neue... Ja, ja, okay. So, und weiter geht's. Ach, guck dir mal die Stadt an. Wie schön. Hier. Als würden die was anlegen. Hey, Wambus. How's the farm? You're still alive? Thought you'd starve to death by now. Nope. I found a journalist. They're also pretty good at hunting Bugsnax. I was gonna bring them back to Snacksburg. Nashingen, aber Nashingen. Diese... Haha, das ist so cool. W-w-w-why not? I got my paws full with my ketchup crop. Without Lisbeth around to catch Bugsnax, I gotta keep us all fed. Uh, we can't just eat ketchup. Well, it's better than nothing. You want us to die out here? No, no, but, uh, but this garden is just so far away from everybody. Maybe you could start another one in town? Call this one quits? I don't quit. Hahaha, literally. Take a ketchup for the road. Hahaha, what? Darn Bunger, get out of here! Das ist einfach ein fucking Burger. Was geht? Hahaha, geil. Hahaha, geil. Okay. Okay. Okay, okay, krieg ich hin. Was, drücke Soßen aufzunehmen? Hier, oder was? Das ist... Aber... Wo ist die Ketchup-Soße? Drücke Y... Ich drücke doch X. Wahrscheinlich da hinten, ne? Warte. Ja. Alter, wie lustig. So, wo soll ich's hinschießen? Was ist denn da hin, ne? Komm da rüber. Hey, Burger. Geil. Alter, ist nicht dein Ernst? Wie lustig. Okay, ich bereue es, dass ich dieses Spiel nicht früher schon gespielt hab. Das ist ja total geil. Alter. Thanks, Stranger. We better go check on Philbo. Hahaha. Das ist ja total geil. Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist ja crazy. Einfach ne coole Mechanik auch. Oh. Oh. Oh, je. Oh, uh. Don't you worry. I'm a... I'm a little sorry, but, uh, I'll be a-okay. Wahrscheinlich. I'm just happy you're getting along with Wambus. He's having a hard time, and his wife isn't around much these days. Okay. So, uh, just see if you can help him out. I'll stay here until my brain stops hurting. I'm sorry, Stranger. I didn't mean for Philbo to get hurt. He's right, though. I'm in over my head. Das hat man gesehen, Digga. Okay, diese Quarger, natürlich. Krass. Let's start with the friter. Lure it down with ketchup, and then let me eat it. Ha, 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 ha. Okay. Das hat bestimmt weh getan, Alter. Frittine fangen. Wo ist denn hier eine Frittine? Shishkrabler und du bist ein Burger, gell? Ich hab' ich vergessen zu... Liebt Ketchup, liebt... Ich weiß nicht, was das sein soll. Das ist fein beiseite, okay. Aber wir können doch bestimmt... Hier, guck mal. Geht das einfach so? Das wär' zu einfach, oder? Ja, ich sag's mir schon, das wär' zu einfach. Warum geht das nicht? Naja, komm. Wo ist denn hier so eine Frittine? Alter, was soll das denn sein? Da ist eine Frittine. Okay, pass mal auf. Machen wir mal da hin. Und wir schießen das mal da hin. Kriegst du es mit? Ja, komm her. Puh, das war knapp. Alter, wie lustig. Dieses Spiel ist ja so cool gemacht. Alter, wie cool. Ich hätte nicht gedacht, dass das so geil ist. Das macht total Bock. Also, ich bin echt gespannt, was da hier noch alles passieren würde. Moin, ich kann dir was zu essen geben. Ja, du willst doch... Okay, was passiert? Kriegst du jetzt Pommes-Elmchen, oder was? Pommes-Beinchen. Spendig. Okay. Neuer Auftrag. Mit Zieferbekrämpfung. Was sind denn noch mit... War das jetzt... Das war ein Burger. Versteckbursch. Ein Gebursch, in dem sich ein kleiner Wachsnis verstecken könnte. Größert Wachsnisbrechen davon an und schweigen auch. Ah, ich verstehe. Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum. Der sagte einfach Bum-Bum-Bum-Bum. Okay. Aber meine lieben Zugriffs, ich werde jetzt hier einen Schnitt machen erstmal. Sehr, sehr cooles Spiel. Sehr cool. Macht Bock. so erstmal fürs erste angezockt war das geil aber das wird nicht das letzte angezockt sein ich werde mir das nochmal angucken und dann aufnehmen geil super lustig also meine lieben zugucker vielen dank fürs zusehen wir sehen uns im nächsten part und dann passt euch auf und bleibt gesund bis dannne haut rein tschüss